Gut, dann... Und mit, hier können wir ein Furnationen. Doch, das geht. Dann, hier... ...ehm... ...ehm... ...dokumento... Der Griff, du... ...da... ...ne Centrum... ...ne Centrum! Geht nicht ab! Ok... Eht nicht schlimm! Es geht immer noch ab. Gut! Eht nicht schlimm. Nem schlimm. Eht nicht schlimm. Eht nicht schlimm! mit SHIFT, einfach SHIFT und dann da. Dann muss man hier oben nach, pass auf, hallo, hallo, da setzen, da geht natürlich schon da, pass auf hier, so, und mit dem hier geht die verbunden. Gut, ähm, wer kriegt mich groß, wer wird noch besser essen, aber es ist aber nicht schlimm. Dann weiß ich nicht, ich habe hier mal die Kohl als Trage-Schmaß, gell, und dann sieht man, wie die Kohl loslos da verschwindet, dort rönt und da gelagert wird. Gut, was wir hier oben machen, wir kleben Fleisch hier alles dran, da sieht man, da wird gebrochen, und sobald wird fertig, da ist es, wandert dort, da ran. Nice. Ähm, ich gucke jetzt, dass, äh, wie ich den dort noch baue, da brauche ich dann drei, obwohl, das kann ich auch tatsächlich, ja, okay, das ist egal, ob es dort so oder so muss, ich kiffe die Küste nicht abkriegen, das heißt, da brauche ich so, ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 und da wüsst ihr, ich kann jetzt etwas bauen. Du kann ihnen tatsächlich alles dran schmeißen, wer die will, wir gehen alles nach, äh, Gold zu stellen, wir gehen alles nach, äh, äh, Metall sich auf alles nach, Metall, äh, Metall, äh, müssen dran schmeißen, die da so in Dinge, wo du endlos mischt, äh, hier mal hier noch Dinge, tun wir mal neust mehr, äh, hier mal neust, okay, das sind alle, cool, 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 cool. Und tun wir da tatsächlich, äh, Eisen klingen, Brennöfen, öff, 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 öff. Gut. Ja, nice. Und stehe hier zum Küsten, du, ja, whatever. Was ist denn schlimm? Mimmi Wissolo, mein Neppes, wo man können, schäge mittlerische Sachen brennen, und so weiter, und so fort. Gut, ja, alter. Und, äh, wenn du kommt, oh, cool, pass einfach schnell, nee, das nach, du, da ist noch dran. Und, ähm, wie du da gesit, und du geht da raus, du hast dran, du hast dran. Und das dann wirklich die Circle. Wie so, du, das ist cool. Immer, wo mein Kohl vor, das geht, mein Logenfeld. Das ist wirklich ein coole Mechanismus, wohl schon, äh, ein bisschen mehr oft machen, mir lohnt es erst, wie die Lust von einem Kohl dann. Und das kommt, müsste da einfach, shit happens. Das geht ja noch tatsächlich, ähm, uns die, ähm, Anlage, äh, sowieso, äh, anzubauen an mein, an mein Lager. Also, bei Lorm, wies's london und hoin, du, du, du mischen direkt automatisch, ähm, ähm, das wirklich ist ein ganz, ganz cool sach. Es wäre logisch tatsächlich bei den Verteiler zu machen, weil alles was ihn dann hält, kann ihn direkt dann holen und durchschmeißen. Wenn so ein Pythaschum zu viel Koppel ist, hätte ich gerne mit Clean Stone. Kein Problem, wir machen Clean Stone. Ich kann ihn alles machen. Dafür muss ich gucken, wie ich meine sind. Tatsächlich dafür, wie sie an den Verteiler anzubauen, die Anlage, wie sie aus. Das wäre ein neues. Nein, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Mehr ausmachbar, kann ich machen. Cool, ich will das gerne machen. Dann bauen ich das. Ich kann ihn alles durchschmeißen, was ich will. An den Verteiler und dann geht das schon. Ich kann ihn auch Holz holen, wie cool zu machen. Kann ihn tatsächlich aus Holz, kann ich cool machen. Das geht auch gut. Durch so viele Möglichkeiten, durch also da Sachen zu machen. Und ja. Wie gesagt, logisch wäre tatsächlich das Ding einfach an den Verteiler zu setzen. Und ja, das ist tatsächlich logisch, was ich kann machen. Deswegen persönlich nicht mehr. Ich gebe so ein... Okay. Danke. Danke. Jetzt machen wir mal Kumpels. Ich bin gelohnt. Nein, ich behalte es nicht. Ähm. Gott, das Willen. Ich habe es um so ein bisschen zu holen. Gucken wir mal, wie weit mein Ding hier ist. Gucken wir mal. 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 Okay, das geht nicht raus. Du. Ich sehe da. Ähm. Ich gebe so ein... Ich gebe so ein... Moment. Pass mal ab. Du hast dann den Nudeln abkommt. Ich muss alles hier raus holen. Hier raus holen. Ähm. Tun wir mal hier oben. Ne, hier ist Eidl. Können wir dann... Äh. Pass mal ab. Äh. Pass mal ab. Nicht so. Wie gesagt. Ein Mann. Ähm. Fert wird sein Küsch verbrennen. Verstehe ich nicht. Aber wie gesagt. Wir nutzen jetzt einfach. Und dann holen wir dementsprechend. Die Fliege nach matt. Aber wie gesagt. Die Doten. Ähm. Die kann man wäsch holen. Komm. Wir holen einfach alles wäsch rein. Wir holen einfach alles wäsch rein. Nach der Seite. Dann zählen wir da rein. Och. Wir bauen einfach eineninha. Wir dürfen hier. We müssen wir ein bisschen Platz machen. Und ja. Derfür bärchen wir. Okay. Die sind da. 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 die gebrotten können wir ja ruhig behalten, über die Reisachen, die nicht durchgebrotten sind. Die dürfen wir hier noch machen, wir können grumpeln und wir können tatsächlich Fleisch heran setzen. Also Fleisch, Astur, dann ab ab ab. Kommt noch nach Kitten, Heil, Höhlen. Grumpeln, wie man gesehen, haben wir Heil. Grumpeln. Wir kommen Heil, Grumpeln heran. Und ihr könnt noch Dertin. Und der tun wir heute noch mal. Ja. Wir machen heute Dert. Da brauchen wir Stangen. Der hat dann. Irgendwie Heil, Feier. Gut. Komm mal. Dann können wir heute noch mal tun. Können wir 1, 2, 3 mal tun. Für die noch richtig zu machen. Ich guck noch ein bisschen mal abdauern. Du hast gesehen, wann Zeit ist das. Gut. Da müsste man tatsächlich hier, wie weit raguen, dass wir hier einen Klangang machen. Was tatsächlich so wohl nicht gewollt gewesen wäre. Am Endeffekt könnte es so an. Wenn jetzt mal tatsächlich ein bisschen einfacher, müssen wir das mal bei weitem zu machen. Das ist doch cool. So ein Jäuerlösch. Ich kann hier im Streckteilen immer dann ein Klang Dinge machen. 1, 2, 3, Feier, 5, 6. Oh, das geht ja lange mal durch. 1, 2, 3, Feier, 5, 6. Oh, das geht ja lange mal durch. 1, 2, 3, Feier, 5, 5. Jetzt ja nur 5. 3, 5. Und das geht sogar durch. Das ist nice. Gut. Ja. Von mal eine Z� Messi machen. Heute muss man losen. dann geben wir hier an den drunter kommen für ganz dann können zu smelten und zu brotten und zu grillen wie immer das fällt so ein und das tatsächlich ist das was wir hier machen ich habe gerne mal gucken, dass wir jetzt mal los und Zeitraum haben, um hier zu schlafen zu gehen oder ja, mein Name ist die Batterie und die Gagent, die wir einfach mal schlafen, ja das ist cool das wird einfach mal übersprungen, ich meine, in der Hauptsache, dass wir jetzt die falsche Länge mit entspannen den Leuten, misst das hier aber schon lösen das Klo aussehen ab